Was machst du eigentlich, wenn du die Mittelschule abgeschlossen hast? Das ist doch wohl klar. In unserem Restaurant noch besser kochen lernen. Ich will so schnell wie möglich meinen Alten übertreffen. Und dann werde ich dieses Restaurant als Koch führen. Soma. Ich werde diesen Laden für zwei, drei Jahre dicht machen. Es ist Zeit aufzubrechen, Soma. Geh und lote deine Fähigkeiten aus. Eine Kochschule? Na nun, hatte ich das nicht erwähnt? Das ist die beste Gastronomische Akademie in ganz Japan. Ich bin durch die Versetzungsprüfung gefallen! Eine absolute Elite-Schule mit einer Abschlussquote von unter 10%. Die Wette gilt!